Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zu einer weiteren Coding Challenge, dieses Mal mit einer Challenge, die im Google-Job-Interview gefragt wurde. Und es geht um bijektive Abbildungen. Bijektiv, das ist etwas, was man vielleicht nicht unbedingt kennt, deswegen lasst mich das ganz kurz erklären. Bijektiv bedeutet, also bijektiv auf Englisch, aber wir machen das hierbei ganz kurz auf Deutsch, bijektiv gleich surjektiv und injektiv. So, was heißt surjektiv? Naja, surjektiv bedeutet, dass aus einer Menge, also zum Beispiel a, b und c, muss nicht alles genommen sein, aber in meiner Zielmenge, also d, e und f, muss jedes Teilchen hier verwendet werden. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sowas haben wie a, b, c, q oder sowas und mein a könnte, also f, irgendeine Funktion von a ist gleich d, irgendeine Funktion von b ist gleich e, irgendeine Funktion von c ist gleich f. Das wäre surjektiv, aber nicht bijektiv, weil bijektiv ist surjektiv plus injektiv. Und injektiv bedeutet auf der anderen Seite, von meiner Ursprungsmenge muss für jeden Punkt etwas definiert sein. Das heißt, a, b und c mappen auf d, e und f, aber q hat nichts. Und naja, in dem Fall bedeutet das natürlich dann, mein q muss da raus, das heißt, ich habe eine Menge von a, b, c, die bilden ab auf d, e und f, also a bildet ab auf d, b auf e und c auf f. Das ist dann bijektiv und wir wollen jetzt überprüfen, ob eine gewisse Menge, die wir hier als String angeben, ob die, naja, wir brauchen natürlich zwei Mengen. Also das ist unsere Ursprungsmenge, das ist unsere Abbildungsmenge oder Zielmenge und wir wollen jetzt überprüfen, ob hier ein Mapping vorliegt. a, a, c hat natürlich kein Mapping, während a, b, c hat ein Mapping. a, a, c hat das große Problem, ich müsste a abbilden auf d, a abbilden auf e und ja, das darf ich nicht bei einer bijektiven Abbildung. Und genau das wollen wir jetzt überprüfen. Okay, fangen wir also an mit unserer Funktion. Zunächst einmal müssen wir natürlich überprüfen, ob die Länge der beiden Strings gleich ist. Das heißt, if len von String 1 und gleich len von String 2 haben wir schon verloren. Denn dann habe ich auf jeden Fall einen Buchstaben, der entweder hier übrig bleibt oder hier übrig bleibt. Und ja, dann ist kein bijektives Mapping möglich. Das heißt, es ist entweder nicht so injektiv, wenn hier eins zu viel ist oder nicht injektiv, wenn hier eins zu viel ist. Das heißt, wir können hier direkt false zurückgeben. Ansonsten kann ich hier allerdings mit einem Mapping anfangen und ich muss dieses Mapping natürlich bauen. Das heißt, wir sagen hier Mapping und ja, wir verwenden natürlich ein Dictionary dazu. Und wir gehen einfach wirklich durch. Ja, das ist ja, also es ist ja nicht vorgegeben, was für ein Mapping wir daraus bauen. Wir können einfach den ersten Buchstaben auf den zweiten mappen, den zweiten auf den zweiten, äh, den ersten Buchstaben auf den ersten, sorry, den zweiten auf den zweiten und so weiter und so fort. Und das bedeutet, wir gehen hier wirklich einfach durch vor i in Range von len von String 1. Wollen wir abbilden? Was wollen wir denn jetzt abbilden? Naja, wir wollen natürlich sagen hier Char, äh, beziehungsweise Mapping, besser gesagt, von unserem String 1, von dem Buchstaben, also von dem Char, den wir jetzt hier ansprechen wollen. Das ist i, das ist allerdings nicht der Char selber, sondern nur der Index von unserem String 1. Also im Endeffekt, wir nehmen uns den Buchstaben aus String 1 und sagen, wir gucken mal, wie wir den da reinpacken. Also wir sagen jetzt Mapping von zum Beispiel a. Naja, das setzen wir auf, wer hätte es gedacht, wir sagen hier String 2 von i. Und damit haben wir ein Mapping hergestellt, zum Beispiel zwischen dem ersten Buchstaben und dem ersten hier. So, und jetzt, wann kriegen wir hier Probleme? Na genau, in unserem Fall, wenn wir hier a schon auf d gemappt haben und a dann noch auf e mappen wollen, dann wird es nichts. Das bedeutet, wir sagen hier, wenn wir ein Mapping schon haben, haben wir verloren. Also, if String 1 von i not in Mapping, dann können wir das überhaupt erst machen. Das heißt, das hier rücken wir natürlich ein. So, jetzt sagen wir hier, okay, wenn zum Beispiel das a schon drin ist, dann ist es trotzdem okay, wenn wir hier a, a, c auf d, d und f mappen wollen, dann funktioniert das trotzdem. Ja, das ist okay, damit kommen wir klar. Das ist kein Problem. Das Problem ist allerdings, wenn wir hier d, e und f haben, dann geht es nicht mehr. Okay, so, der zweite Fall, wenn unser Mapping schon vorhanden ist, das heißt, wenn der String 1 schon drin ist, was machen wir dann? Naja, dann schauen wir, ob unser Mapping eigentlich übereinstimmt. Das bedeutet, wir sagen hier, wenn wir in unserem Mapping von String 1 von i, wenn das ungleich String 2 von i ist, dann returnen wir false. So, und jetzt haben wir folgendes getan. Hier unten müssen wir jetzt natürlich noch return true rausbringen. Wenn wir hier durchlaufen, dann haben wir es geschafft. So, und jetzt haben wir folgendes schon fertig. Wir haben hier einmal true und einmal false. Das ist fein für uns. Allerdings haben wir noch ein ganz großes Problem. Wenn wir jetzt hier nämlich zum Beispiel d, e, e haben, dann kriegen wir trotzdem true und false zurück. Und wir könnten ja eigentlich a auf e abbilden und c auf d. Das wäre eine bijektive Abbildung, weil hier eben die Sachen doppelt vorhanden sind. Das heißt, wir haben das Ganze ein kleines bisschen zu kompliziert aufgezogen, würde ich mal behaupten. Und wir machen jetzt einfach mal folgendes. Wir hängen hier oben dran ein Sortieren dran. Das heißt, wir sagen hier String 1 ist gleich sorted von String 1. Und das führt dann dazu, dass wir hier zum Beispiel bei unserem String 1, wenn wir den mal ausgeben, ganz kurz. Das führt dann dazu, dass wir hier natürlich a, a, c bekommen. Aber wir bekommen genauso a, a, c, a, sorry, wenn wir das hier haben. Bringt uns natürlich im Fall von d, e, e nur bedingt viel, sage ich jetzt mal. Also nehmen wir zum Beispiel an, wir haben hier d, e, e und wir haben a, c, a. Und wir machen hier ein Sorted für die beiden Strings. So, print von String 2. Dann haben wir hier immer noch d, e, e und a, a, c. Was wir also brauchen, also ganz kurz, warum das nicht funktioniert, ist natürlich hier, wenn wir a, a, c hier haben, dann bildet a immer noch nach unserem aktuellen Ding auf d ab und a bildet dann auf e ab. Und da geht es natürlich dann schief. Wir müssten hier das c an Anfang stellen, beziehungsweise das d am Ende stehen haben. Ach, und übrigens, wir könnten hier das Ganze auch mal in place schreiben. Also ich meine, wir brauchen jetzt hier nicht unbedingt Sorted darauf verwenden, beziehungsweise das dann überschreiben. Lasst uns das mal ganz kurz, nur ganz knapp umschreiben. Wir machen hier einfach einen Punkt. Aber, wisst ihr was, sonst verwirrt euch das. Okay, lassen wir das so. Und was wir jetzt hier rein machen, ist, wir sagen, wir wollen jetzt nicht unbedingt an den Buchstaben hier sortieren, sondern wir wollen an der Anzahl an Vorkommnissen sortieren. Das heißt, wir sagen hier, okay, wir wollen jetzt bitte den Key, nachdem wir sortieren, wollen wir setzen auf etwas, das wir in Collections finden. Das heißt, from Collections Import Counter. Und hier rein sortieren wir jetzt nach eben genau diesem Counter. Counter von String 1. Punkt Get. Das ist unsere Funktion, nach der wir sortieren. Und, ja, schauen wir gleich mal, wie wir das sortieren. Und genau das machen wir hier unten auch noch, nur natürlich für String 2. So, und wenn wir das jetzt hier sortieren, dann kriegen wir hier plötzlich raus, C-A-A-D-E-E. True. Und damit haben wir auch hier ein Mapping aufgestellt, weil wir eben A auf E umgewandelt haben. Okay. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, wir fügen hier mal noch ein C ein. Und hier fügen wir ein F ein. Was passiert dann? Nun, dann haben wir hier offensichtlich ein False, weil wir, wenn wir das sortiert haben, versuchen wir, oh, was ist hier passiert? Und, das sollte nicht passieren, glaube ich. Aber, wisst ihr, was wir machen? Das hier oben mal ganz kurz raus, weil da wissen wir ja schon, dass es funktioniert. Aber wir wollen ein bisschen was Komplexeres haben. So, wir mappen hier. Ähm, das sollte nicht passieren. Bin mir nicht sicher, ob das so sein sollte, wenn man das sortiert. Lass mich mal kurz das bitte ausprobieren, was ich hier... Wir brauchen gleich lange Strings. Ah, ah, C-C-C, jetzt geht's wieder. Aber, wenn ich das so mache, geht's nicht. Ah, ah, C-C-C. Äh, ach so, weil die beide gleich viel sortiert. Ah, okay, wenn... Hm, interessant. Wenn wir also gleich viele Items von was haben, dann funktioniert das nicht mehr. Dann sagen... Dann machen wir einfach gar nichts. Das ist ja interessant. Okay, dann können wir sortiert hier nicht von ihnen. Dann müssen wir es anders machen. Das wusste ich tatsächlich nicht, dass wenn wir hier gleich viele... Ja gut, aber es macht eigentlich Sinn, wenn wir hier natürlich den Counter sagen, dann ist ja alles zwei. Dann wird gar nichts sortiert. Okay, dann funktioniert diese Lösung hier nicht. Wow, das ist interessant. Ähm, wir machen jetzt folgendes. Dann machen wir was anderes. Und zwar bauen wir uns selber nochmal eine Liste. Und zwar... I for... Ähm... Also wir wollen quasi das Element, äh... I for Elims und wir wollen den Counter in Counter von String 1 Punkt jetzt nicht get, sondern most common, wollen wir uns den most common Counter sozusagen holen für alle Is, ähm, in... Wir packen uns... Wir generieren uns eine neue Liste aus den Elementen und zwar mit der Länge Counter. Und das ist dann unser I, das wir hier rein sortieren. Und das sollte jetzt trotzdem funktionieren, richtig? A, A, C, C, genau. Wir müssen hier nämlich irgendwie sortieren. Also mit sorted funktioniert das Ganze nicht. Das können wir hier rausschmeißen. Aber wenn wir das so machen, sollte das klappen. Hier müssen wir natürlich String 2 machen. Da holen wir uns nämlich zuerst den most common, dann holen wir uns den zweiten most common, dann holen wir uns den dritten most common. Also sozusagen hier in dieser Liste. Das ist eine Liste aus den meistgenutzten. Und da bekommen wir eben immer das Element raus, zum Beispiel eben A oder C. Und wir bekommen die Anzahl raus. Und dann generieren wir uns quasi, ähm, neue Elemente, die eben genauso lang sind, wie die tatsächlichen, also wie wir tatsächlich im Counter auch haben. So, jetzt sollte das unabhängig sein. Ähm, Sekunde, jetzt muss ich hier nochmal kurz gucken. Das muss natürlich String 2 heißen. Ähm, jetzt haben wir hier C, A, C, A. Und hier haben wir das da. Mal gucken, ob das funktioniert. So, wir haben hier C, 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 A, A, D, D, E, E, C. Okay, perfekt. Das heißt, die Sortierung hat geklappt und wir kriegen natürlich ein False raus. So, und damit sind wir, glaube ich, jetzt fast am Ende. Denn wir versuchen ja hier gerade mit 3 Cs auf 2 Ds oder 2 Es abzumappen. Und mit 2 As würden wir zum Beispiel auf die 2 Es abmappen, aber wir können das C dann nicht mehr auf das C mappen. Das funktioniert dann nicht mehr. So, jetzt machen wir hier noch ein B rein und schauen mal, was passiert, wenn wir hier ein weiteres E einfügen. Dann sollte nämlich True by rauskommen, weil wir dann hier nämlich 3 Cs haben, 3 Es, 2 As, 2 Ds, 1 B und 1 C. Jetzt machen wir hier mal noch 3 As draus und 3 Ds. Völlig egal, wo wir die einbilden und wo wir die abbilden. Und das ist auch ein True, weil wir hier eben 3 auf 3, dann haben wir wieder 3 auf 3 gemappt und dann haben wir hier 1 auf 1 gemappt. Im Endeffekt mappen wir die ganze Länge. Wir könnten natürlich auch ohne die Länge der Liste jeweils gehen. Wir könnten einfach sagen, okay, wir holen uns alle, also wir holen uns quasi ein Dictionary, alle die 3 Elemente lang sind, alle die 2 lang sind und so weiter. Das wäre eine alternative Lösung. Die dürft ihr mir mal ganz gerne unten in die Kommentare reinpacken. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.